Na, endlich, es ist Tag. Wurde ja auch Zeit. Ach, jeje. Also, ich gebe mir auch... Ja, wie viele Teile haben die hier aufgestellt? Ja, mei. Können wir auch gleich eins aufstellen? Und... Naja. So, ich schlage vor. Wo sind denn die ganzen Baumstämme? Was machen die denn da hinten? Ist klar. Baumstamm rollt einfach mal da hinten hin. Was liegt denn hier? Was? Ist ja, na, 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 na. Ist nur ein Stein. Und ich dachte schon... Ich dachte schon... So. Hi-Kan-Nikau. Gucken wir den auch. Doin. Wir brauchen wieder was zu fressen. Was zu fressen, was zu fressen. Was hier ist ein Regenschirm? Das sieht sehr lustig aus, das Effigy. Ein Schuh. Ja. Das finde ich lustig. So. 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 Schnell, schnell, schnell. Ah. Ich bin nicht im Weg rum hier. So. E. Okay. Dann. Einmal. Da unten ist der Zweite. Der hält das jetzt wenigstens so schön ein. War das von vorher nicht, ne? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. So, dann nehmen wir mal den hier. Huch. So. Und es regnet schon wieder. Lustig, lustig. Es regnet. Yeah. Oder hört sich das nur so an? Ist das der Wind? Weil irgendwie so nach Regen sieht es ja nicht gerade aus. Obwohl es wird ein bisschen finster. Naja. So, müssen wir schon, dass wir da bald fertig werden. Dass wir mal Schutz haben. So. Nächste Wochenende kann ich leider nicht aufnehmen. Da bin ich nicht zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, wann die Folge jetzt, die ich gerade aufnehme, rauskommt. Und ich denke, das müsste so Mittwoch, Donnerstag so rum irgendwie sein. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen länger aufnehmen. So. Da unten ist er. Den kriegen wir noch. Der ist in der Wasser. So. So. Machen wir das erstmal hier fertig. Ich mach da dann hier auch noch eins, weil ich weiß ja nicht, ob die jetzt mittlerweile felsen und, äh, keine Ahnung. So. So. Den hier. Aber wie gesagt, deswegen muss ich jetzt ein bisschen länger voraufnehmen, weil ich von Freitag, Samstag, Sonntag dann weg bin. Dann bin ich schön auf Urlaub. Nicht da. Nicht zu Hause. Muss auch mal sein. Yes, yes. Alles klar? Ist er jetzt wieder weg, der schlaue Fuchs. Er ist mal ein Luch aufs Feuer gelegt, da weil draußen ein Unwohner rumläuft. So macht man das heutzutage, ne? So. Dann haben wir auch wieder volle Energie hier. Dann kann man vielleicht auch gegen den hier ankommen. Wo ist er denn in der Schuft? Ist schon wieder da weg, der Affe hier. Hatte Angst bekommen. So gehört sich das. Das nennt man Respekt. So. Och, ganz da hinten. Ganz da hinten. Und wir erst mal den hier. So. Ja, habt ihr gestern mal Livestream geguckt? Wer hat geguckt, der auch vorerst schaut? Mal gucken. Vielleicht lade ich ihn auch noch auf YouTube hoch. Muss ich noch gucken. Ob ich da noch Zeit für habe. Na? Unter der Woche ist das alles ein bisschen... Da hat man halt nur Abendszeit. Deswegen mach ich das alles so am Wochenende. Vor allem Stream oder so. Samstag. Mal gucken. Na, nächste Woche geht eh nicht. Deswegen hab ich mir gedacht, ja. Mach ich einfach mal. Mit C könnt ihr das übrigens wieder weglöschen. Wenn ihr was gebaut habt. Und das ein bisschen falsch war. So. Und wir machen das Ganze so. Nochmal drehen. Bisschen drehen. Und dann machen wir das da so schräg rein. E. Hier ist noch einer. Und da hinten ist einer. So, dann haben wir hier schon mal den ersten Schutz. Hier ist auch noch einer. Hier unten. Den nehmen wir auch gleich mit. Weil den wollte ich nicht alleine untertragen. Da dachte ich mir, vielleicht fällt der noch einer runter. Aber. Jetzt haben wir den hier. Dann haben wir den auch. So geht das. Cool aus, dass vorher so ein bisschen... Ist auf dem Felsen scheint. Ist das das, oder? Weil es so ein bisschen... Rüthel ist. War das eigentlich kaputt mal? Hallo? C? Ne, können wir nicht. Mich das hier gerade ein bisschen nervt. Aber naja. War Zeus. Raumpfeld. Raumpfeld. Mir kommt vor, dass die mittlerweile ein bisschen schneller zerbrechen. Jetzt haben wir das hier auch schon mal. Hier das passt. Ich will überlegen, ob wir hier noch irgendwie so einen kleinen Vorsprung machen, dass man uns irgendwie nicht so gleich erkennen kann. Falls wir da irgendwie, so meinte ich hier irgendwie, da, so, wir haben eh noch ein paar Bäumstämme. Oder auch nicht. Wo sind die denn? Haben die uns verlassen? Da unten? Ha, die rollen da runter. Also echt. Das geht ja schon mal gar nicht. Aber wenn die da von da hinten kommen, dann wird das so einen kleinen Schutzbereich. Ja, so meine ich das. So, ich finde cool, dass man jetzt mehrere Lurche im Inventar haben kann. Aber das war schon ätzend. Weil du brauchst ja eigentlich für die Rüstung und dann hast du im Endeffekt auch nur eine zum Essen. Aber du hast zehn umgebracht wegen der Rüstung. Doing! Einmal, zweimal. Schnell! Vor dir davonrollen. Huch! So. Dann kann ich schon ein bisschen Schutz. Können wir noch eins machen? Oder so raus? Ja, dann können wir hier noch so eine Plattform bauen. Und dann gucken, ob da wer kommt. Bevor wir dann da raus gehen. Machen wir noch eins hier. Wo ist denn da eine Baumstamm? Da ist er. Sind aber welche runtergekugelt? Da hinten hätten wir auch so verstecken können. Ja, das ist neuer. Den da unten nehmen wir mit. Ich dachte schon, da wäre ja ein Boden drin, aber das sahen wir so aus. Ja, ja. Schweizerkabetics. So, da oben haben wir noch ein paar. Den hier. Können wir den überhaupt... Können wir den überhaupt irgendwie wegdingen? Weil ich will nicht, dass die dann irgendwie... Ne. Aber den hier. Der hier geht. Und... Der hier geht. Das ist ja immer die gleiche Anzahl, ne? Oder? Oder nicht. So. Genauso wollte ich das haben. Dann. Huh? Ist das hier schön? Ja. Genauso wollte ich das. Aber dann können wir, bevor wir hier wirklich rauslaufen, halt mal hier hochsteigen und gucken. Und dann gucken. Nein. Ja. Ja.